Hallo und herzlich willkommen aus dem Zoodominis in Aue. Heute geht es um den Weißstorch. Wir haben also aktuell, man sieht es hinter mir, ein Exemplar ausgestellt im Zoo. Und Weißstorche sind ursprünglich einheimig. Das heißt also, es ist durchaus auch möglich, dass er auch so bei uns im Zoo in freier Natur mal einen Weißstorch fliegen sehen oder auch am Wurst an seinem Nest. Die Tiere leben vorrangig in Wiesen, offenen Landschaften, auch Feuchtwiesen, Gewässernähe ist immer sehr wichtig. Oder so Flussauen. All das ist also idealer Lebensraum für einen Weißstorch. Die Tiere ernähren sich nämlich von Amphibien, Insekten, auch mal Kleinsäuger, mal eine Maus, all das, was er halt fängt. Die sind sehr geschickt in der Jagd. Jetzt habe ich es ja schon erwähnt, die haben also einen Horst, ein sehr großes Nest oftmals in Menschennähe, denn Weißstorche sind Kulturfolger. Und das heißt also, ja, die haben sich die Vorzüge der menschlichen Nähe zunutze gemacht. Die brüten oftmals dort, wo auch Menschen sind, weil sie wissen, dort gibt es auch immer was zu essen, seien es zum Beispiel Mäuse. Ja, und wenn die dann brüten, die kommen im Frühjahr bei uns in Deutschland an, dann kommt meistens zuerst der Hahn ans Nest, der baut dann schon mal ein bisschen dran rum. Dann fangen die also an, ja, sich dort zu treffen, dann balzen die miteinander und nach ungefähr 30 Tagen, die die Henne dann oder beide auf den Eiern sitzen, schlüpfen dann auch schon Störchen, eure Storchenküken. Das sind meistens so vier bis sechs im Durchschnitt gesehen. Die schaffen es aber oftmals auch nicht alle, groß zu werden. Das dauert ungefähr zwei Monate, dann verlassen die das Nest, den Horst und fangen also an, auf eigenen Beinen zu stehen und eigenes Futter zu suchen. Ja, was ist das Besondere beim Storch? Normalerweise sind die jetzt zu der Jahreszeit, ja, also wir bewegen uns auf den Winter zu, auch wenn man es jetzt noch nicht sieht, das könnte durchaus auch schon weiß sein. Da sieht man eigentlich keine Storche mehr in Deutschland. Warum? Die sind in den Süden gezogen, ja. Es ist bei uns einfach so, dass es im Winter die Futtergrundlage entzieht und die müssen ja sich irgendwie ernähren, also machen die das ganz pragmatisch und ziehen dem Futter hinterher. Insekten im Winter findet man bei uns nicht, man hat schon mal einen Frosch über eine geschlossene Schneedecke hüpfen sehen. All das passiert nicht, deswegen suchen die sich also Nahrungsgrundlage und ziehen dem hinterher. Man muss aber dazu sagen, dass es auch bei uns mittlerweile zunehmend beobachtet wird, dass Storche zum Beispiel nur bis Müllkippen ziehen. Ja, in Müllkippen, da ist eine große Wärmeentwicklung, da gibt es dann auch Insekten und Schadnager und von dem ernähren die sich dann, die machen sich also die Mühe nicht mehr so weit zu ziehen. Ja, wenn die aber, wie bei uns, jetzt nicht wegziehen, unserer kann nicht mehr ziehen, der hat also einen Flügeldefekt, der kann doch nicht fliegen, dann muss man die natürlich ausreichend verfolgen über den Winter. Ansonsten macht den Schnee gar nicht so viel aus. Und wenn die dann in Deutschland sind und an dem Nest umherbauen, dann ist das sehr wichtig, dass man das erwähnt, dass eben der Vogel, der Storch, mit das größte Nest überhaupt in der Natur baut, weil die eben Jahr für Jahr da neu dran rumbauen und die können riesig und schwer werden. Ja, unserer, wie gesagt, baut nicht am Nest rum, wir werden aber nächstes Jahr mal ein Wagenrad aufstellen. Vielleicht entscheidet er sich ja doch mal so ein bisschen ein Nest zu bauen, zumindest. Und in diesem Sinne, mit dem positiven Ausblick, verabschiede ich mich aus dem Zoderminis in Aue. Bis bald! 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 Vielen Dank.